Musik Kannst du uns noch ein paar praktische Tipps geben, wie man lernen kann, Grenzen zu setzen? Ja, also auf jeden Fall, wie schon gesagt, braucht das Mut. Also ich kann auf jeden Fall versuchen, in Situationen, wo es recht harmlos ist, bei Menschen, wo ich mich sicher fühle, mal öfters Nein zu sagen. Also vielleicht nicht direkt, wenn die Mutter sagt, dass ich Zimmer aufräume, dann gibt es vielleicht Ärger, aber eher vielleicht, wenn ein Schüler fragt, ob er meinen Stift ausleihen kann, dass ich einfach mal sage, nö, mag ich gerade nicht und dann kann ich auch gucken, ist das schlimm, wenn ich Nein sage oder ist der andere da jetzt sauer? Also gut, wenn das so ist, dann kann ich immer noch überlegen, ob ich dann trotzdem klein beigebe und trotzdem den Stift abgebe, aber halt kleine Situationen, wo ich das so ein bisschen üben kann und genau, es gibt auch eine Übung, einfach, wo man das auch so ein bisschen austesten kann, wie ist das eigentlich, so eine Grenze, wie fühlt sich das an, wenn jemand über die Grenze geht und das ist ganz gut, da mal ein bisschen so ein Gespür für zu bekommen. Kann man das dann quasi auch übertragen, wenn man einmal weiß, okay, wie fühlt sich das an, dann kann ich das auch auf andere Situationen übertragen? Ist das so? So theoretisch schon, aber im Alltag ist es oft auch, also in dieser Übung ist es sehr klar, wo die Grenze ist, weil die markiert ist mit einem Seil oder mit einem Schal oder eben einem Gegenstand halt und im Alltag ist das halt nicht so, also es ist nicht so, dass ich das eins zu eins übertragen kann, aber was ich zum Beispiel übertragen kann, es gibt normalerweise Stufen beim Stoppsagen, also ich bin erst mal freundlich, aber schon klar und wenn jemand dann nicht darauf reagiert, dann werde ich bestimmter und zeige, dass da eben jetzt Schluss ist und wenn jemand dann noch über die Grenze geht, dann weiß ich eigentlich, dass er mich provozieren möchte und dann ist es wichtig, dass ich aktiv die Grenze schütze, also dass ich da auch wirklich sehr klar werde und bestimmend und den anderen zeigt, dass das jetzt reicht, dass es jetzt Schluss ist. Was ist der Sinn dieser Übung? Es geht wirklich darum, erst mal zu spüren, also wie fühlt sich das eigentlich an, wenn jemand über die Grenze schreitet, wie leicht oder wie schwer fällt mir das, da einen Stopp zu setzen, wie fühlt sich das an, einen Stopp zu setzen, ich kriege dann auch eine Rückmeldung, vielleicht wie gut ist das angekommen, wie hat der andere das aufgenommen, war das zu wenig oder war das zu viel oder war es eigentlich genau gut, also so, da kann ich dann ein bisschen ausprobieren und auch, man kann in der Übung auch ein bisschen variieren, ob jemand langsam läuft oder schnell läuft oder freundlich schaut oder böse schaut und dann merke ich vielleicht auch, dass das was anderes mit mir macht, also es ist erst mal auch, um viel sich einfach wahrzunehmen, weil das ist in Alltagssituationen oft schwierig, das geht so schnell, dass ich es dann gar nicht mitbekomme. Wie kann man denn die Übung machen, also gibt es eine Voraussetzung oder mit wem kann man diese Übung gut machen? Also man kann das zu Hause so ein bisschen ausprobieren, wichtig ist, dass ich da mir einfach Zeit nehme, das ist erst mal gut, dass ich weiß, dass ich jetzt auch Zeit dafür habe, das so ein bisschen auszutesten und ich brauche eine andere Person und es soll jemand sein, der das auch ernst nimmt und der mich da unterstützen möchte. Das können irgendwie meine Eltern sein oder vielleicht mein Bruder oder Schwester oder auch eine gute Freundin, einfach jemand, wo ich mich wohlfühle und der mich dann auch unterstützen kann, mir Rückmeldung geben kann. Und die Übung ist vor allem gut, wenn jemand sehr schüchtern ist, einfach weil das auch so ein bisschen hilft, aus mir rauszukommen, mich zu zeigen oder auch wenn jemand Schwierigkeiten hat, rechtzeitig eine Grenze zu setzen und dann wie bei dem Glas im letzten Video, dass das dann so zum Überlaufen kommt und dann kommt das ja alles auf einmal raus. Also das geht auch darum, das so richtig zu stufen, damit ich andere Menschen eben nicht verletze, wenn ich dann auf eine Grenze, Grenzeüberschreitung reagiere. Ja, würde ich sagen, gehen wir zur Übung, oder? Ja, genau. Genau, wie ihr seht, sind wir jetzt hier draußen, weil für die Übung braucht man ein bisschen Platz. Was man braucht, ist ein Gegenstand, um die Grenze anzuzeigen und die Grenze, also man steht sich gegenüber, jetzt steht die Deborah mir gegenüber und bei der Deborah ist eine Grenze, das seht ihr gleich, die haben wir da hingelegt und wichtig ist, dass die Person, die Stopp sagt, die hat noch Platz, also weil es mehrere Stufen gibt, steht man so vielleicht fünf Meter weg von der Grenze und wichtig ist auch, dass ich auf beide Beine stehe, einen fester Stand habe und die Arme so locker neben dem Körper hängen lasse, dann kann ich nämlich auch gut rein spüren, weil es geht ja auch darum zu spüren, wie ist es eigentlich, wenn die Deborah bei mir über die Grenze geht, wie fühlt sich das an und eben auch, wie fühlt sich das an, wenn ich da reagiere. Ja, hallo Deborah, schön, dass du auch dabei bist. Du, wir haben das ja schon ein bisschen geübt, also du weißt auch, wie das geht und jetzt zu Anfang gehst du einfach auf mich zu und machst erst mal einen Schritt über die Grenze und meine Aufgabe ist eben, Stopp zu sagen und das büben wir jetzt einfach. Stopp. Genau, das war jetzt der erste Schritt, ein Schritt über die Grenze. Es kann natürlich sein, dass wenn Deborah jetzt schlecht geschlafen hat oder unkonzentriert ist oder ja, vielleicht abgelenkt, weil hier das schon eine schöne Umgebung ist, dass sie das nicht richtig gehört hat und dann wird sie trotz meinem Stopp noch einen Schritt weiter gehen und meine Aufgabe ist dann noch mal deutlicher zu werden und klarer Stopp zu sagen. Das machen wir jetzt. Stopp. Stopp. Was vielleicht noch gut ist, wie die Deborah das ganz schön gemacht hat, sie ist auch immer wieder die Schritte zurückgegangen. Also das ist auch wichtig, dass wenn ich es schaffe, Stopp zu sagen, auch wenn es vielleicht noch nicht so ganz überzeugend ist, aber dass der andere dann auch wieder zurückgeht, weil das einfach gut ist, dann fühlt sich das auch wieder gut an. Jetzt bei dem zweiten Stopp würden die meisten Menschen anhalten, weil wir Menschen möchten gerne Rücksicht aufeinander nehmen und möchten auch die Grenzen von anderen achten, aber es gibt auch Menschen, die wollen mal wissen, wie weit sie gehen können oder die wollen die Grenze testen oder wollen provozieren und die gehen dann trotzdem weiter. Und dann muss ich ganz klar werden und aktiv die Grenze schützen. Und das machen wir jetzt noch. Stopp. 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 Ich möchte, dass du zurückgehst. Also was bei der Übung noch wichtig ist, also es gibt ja diese drei Schritte, aber der dritte Schritt ist eindeutig der schwierigste Schritt und den muss man auch nicht direkt am Anfang machen. Ich kann auch erst mal mit dem ersten Schritt anfangen und wenn ich da ein sicheres Gefühl habe, wenn ich da ein gutes Gefühl habe, erst diesen zweiten Schritt machen und mich so langsam rantasten. wichtig ist, dass ich eine Erfolgserfahrung habe, dass ich das Gefühl habe, oh ja, dieser Schritt, da fühle ich mich jetzt sicher, das schaffe ich jetzt. Und eben, die Übung ist ja nicht wie in einer Alltagssituation, sondern ist gestellt und es geht mir auch darum zu gucken, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich Stopp sage, wie fühlt sich das für das Gegenüber an. Was ich natürlich nicht möchte, ist das Gegenüber verletzen, aber ich möchte trotzdem klar sein. Also dann kann man auch noch mal miteinander darüber reden, war das jetzt zu viel oder war es zu wenig und das kann man so ein bisschen ausprobieren. Man kann auch mal die Rollen tauschen, einfach damit es auch fair ist, damit jeder mal die Chance hat, Stopp zu sagen. Und ja, es darf Spaß machen, das darf auch, man darf sich so ein bisschen kennenlernen. Was eben ganz wichtig ist, dass dieses Signal, was ich setze, sehr klar ist. Und um jetzt noch mal so einen Gegenpol dazu zu zeigen, mache ich jetzt mal eher schüchtern und zurückhaltend und dann schauen wir mal, wie die Deborah darauf reagiert. Stopp, 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 Also sie ist jetzt trotzdem stehen geblieben, was ja sehr nett ist. Wir merken oft auch die Unsicherheit von der anderen Person und nehmen dann Rücksicht darauf. Also man muss dann auch nicht total über die Grenze gehen, das muss ja nicht sein. Aber es geht einfach darum, dass der andere mir dann sagt, hey, du kannst ein bisschen lauter sein oder steh doch ein bisschen aufrechter. Und was auch eine Möglichkeit ist, wenn man vielleicht mit den Eltern das macht, ist, dass einer sich hinterher einem stellt. Wenn zum Beispiel mein Vater hinter mir steht, dann fühlt sich das mal ganz anders an und vielleicht fällt mir es dann leichter. Und dann weiß ich einfach mal, wie fühlt sich das an, so deutlich Stopp sagen zu können und da eine Grenze setzen zu können. Ja, ihr habt jetzt diese Übung gesehen und so gesehen, was man da machen kann. Da kann man auch noch ein bisschen so ausprobieren, wenn jemand mal schneller geht oder langsamer geht oder größere Schritte macht oder kleinere Schritte macht. Einfach, da könnt ihr einfach so ein bisschen experimentieren. Was mir noch wichtig ist, ist, dass diese Übung ist erst mal so als Übung gedacht, dass ich sicherer werden kann, so mein Selbstvertrauen so ein bisschen stärken kann. Und wie ich das dann im Alltag umsetze, dann ist es schon wichtig, darauf zu achten, dass ich mich auch wirklich sicher fühle. Wenn ich jetzt dann plötzlich zu irgendeinem ganz cooler Schüler versuche, jetzt Stopp zu sagen und der akzeptiert das nicht, dann ist das natürlich richtig blöd für mich. Und deshalb, es ist einfach gut, so kleine Herausforderungen zu suchen und da mich auszuprobieren, damit ich sicherer werden kann und darin wachsen kann. Und vielleicht schaffe ich es dann irgendwann auch bei dem coolen Schüler, das zu schaffen. Bis zum nächsten Mal.